Neun Leute, hier ist Tim und heute gibt es das letzte Video für das Jahr 2023 und das ist mal wieder ein PC-Zusammenbau-Video, ein Gaming-PC-Bild. Haben wir dieses Jahr leider nicht so viel geschafft, nächstes Jahr hoffentlich wieder mehr. Ab Mitte Januar starte ich auch wieder durch, bis dahin wird jetzt wahrscheinlich erstmal nichts mehr kommen, da ich mich auf eine wichtige Prüfung vorbereiten muss. Aber ich habe jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal ein Gaming-PC für euch zusammengebaut und den wollen wir uns heute einmal im Detail anschauen. Alle verbauten Komponenten hier in dem PC findest du natürlich in der Guidesides-Wunschliste in der Videobeschreibung, da kannst du nochmal nachschauen, welche das genau sind. Und wenn du selbst jetzt gerade dabei bist, ein Gaming-PC zusammenzubauen oder es in Kürze vor hast, dann dürfte auch die Nachricht von meinem heutigen Videosponsor für dich ganz interessant sein. Bei meinem neuen Partner Softwareindustrie24 ist im Moment Winter Sale, bei dem ihr bis zu 50% bei unzähligen Softwareprodukten bzw. Lizenzen sparen könnt. Das betrifft Betriebssysteme von Windows, Office-Produkte, Berührung und Finanzsoftware bis hin zu Antivirenprogrammen und mehr. Bei Softwareindustrie24 findest du diverse Softwarelösungen zu einem Toppreis. Solltest du also zum Beispiel für deinen neuen Gaming-PC noch eine Windows-Dizenz brauchen, dann bekommst du diese mit meinem Rabattcode TECH30 mit 30% Rabatt. So bekommst du zum Beispiel einen Windows 11 Pro Key für gerade mal 21 Euro. Interessant sind aber auch die Office-Produkte oder die Auswahl an Antivirenprogrammen von diversen Anbietern, damit man immer bestens abgesichert ist. Für sichere Bezahlen stehen dir diverse Zahlungsdienstleister zur Verfügung wie Amazon, Apple und Google Pay oder auch GiroPay. Und zusätzlich absichern tut sich das Trusted-Shops-Zertifikat, der Sitz in Deutschland sowie der E-Mail- und Telefonsupport. Wenn du also Softwareprodukte brauchst, dann schau auf jeden Fall mal bei softwareindustrie24.de vorbei. Einen Link findest du unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns doch erstmal an, was alles für Komponenten hier in dem heutigen PC verbaut sind. Ich habe die schon sehr lange rumliegen gehabt, ungefähr einen Monat. Ich habe die nämlich um Black Friday herum bestellt und ich wollte unbedingt mal einen PC mit einer Intel Arc Grafikkarte bauen. Und die Grafikkarte habt ihr schon bei mir im Test gesehen. Das ist nämlich die Sparkle Arc A750 Titan OC. Die hat damals zu Black Friday 199 Euro gekostet. Das war ein richtig guter Preis, ein richtig guter Deal. Jetzt liegt die wieder bei 260. Aber alternativ könnte man auch ein anderes Arc A750 Modell nehmen. Da gibt es auch noch günstigere derzeit auf dem Markt. Und dann dachte ich mir, wenn wir schon eine Intel Grafikkarte haben, dann nehmen wir auch eine Intel CPU, dass wir quasi einen kompletten Intel-Bild haben. Ich wollte aber, dass alles, sag ich mal, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis so in einem Bereich sich befindet und der PC jetzt nicht wegen der CPU zum Beispiel zu teuer wird. Denn die Grafikkarte mit 199 Euro ist ja schon sehr günstig und zielt auf jeden Fall auf einen Einsteiger-PC ab. Deswegen Intel-CPU bei Einsteiger-PCs ist nicht so einfach. Ich habe mich dann für den i5-12400F entschieden. Ja, der ist schon ein bisschen älter und auch von der Multi-Core-Performance jetzt nicht der allerbeste. Aber die CPU kostet nur 130 Euro und kann insgesamt sowohl von der Gaming oder auf jeden Fall von der Gaming-Performance auf jeden Fall mit zum Beispiel einem Ryzen 5 5600 mithalten. Multi-Core-Performance nicht ganz so gut, aber insgesamt bin ich doch überrascht, wie gut die CPU vom Preis-Leistungs-Verhältnis noch ist. Natürlich, sie ist etwas älter. Ich würde sie hauptsächlich halt für solche Einsteiger-PCs empfehlen. Und ob man denn Performance-Einbußen bei der Gaming-Leistung befürchten muss, das werden wir uns später in den Benchmarks dann nochmal anschauen, beziehungsweise darüber sprechen wir dann später nochmal im Detail. Was haben wir sonst noch mit dabei? 32 GB RAM, ein 32 GB DDR4-3200er-Kit von G-Skill mit CR16-Timings, also so Standard, sag ich mal, für Intel-Builds. Als Mainboard habe ich mich für das Asrock B660M Pro RS entschieden. Das bekommt man für etwas über 100 Euro derzeit. Ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht auf dem 1700er-Sockel eines der besten Mainboards, die man derzeit so kaufen kann und eigentlich auch perfekt geeignet für so einen Einsteiger-Gaming-PC. Als Netzteil haben wir dann das BeQuiet System Power 9 CM mit 500 Watt. 500 Watt sind auf jeden Fall ausreichend für das System. Und das Netzteil ist halt auch nicht so teuer mit etwa 55 Euro, aber trotzdem qualitativ halt noch wirklich gut. Und als SSD haben wir eine Lexa NM620 1 TB M.2 SSD. Die kostet derzeit etwas über 50 Euro. Zu Black Friday war die auch noch günstiger, als ich die gekauft habe. Da hat man die für etwa 45 Euro zum Beispiel bekommen. Das Gehäuse, da wollte ich jetzt mal das ausprobieren, was ich in der Einkaufsberatung dann auch empfohlen habe, nämlich das LC Power Gaming 712 MB Polynom X. Das gibt es für etwas über 30 Euro. Hat keine Lüfter vorinstalliert, deswegen hauen wir da drei Arctic P12 Lüfter mit rein, die ja nur etwa 4 Euro pro Lüfter kosten. Somit liegen wir dann bei Gehäuse plus Lüfter immer noch bei weniger als 50 Euro. Das ist sehr preiswert. Und wir wollen dann mal gucken, ob das Gehäuse denn was taugt oder ob das eine Fehlentscheidung von mir war, dieses Gehäuse zu nehmen. Als CPU-Kühler habe ich dann den Arctic Freezer i35 genommen. Auch das ein wirklich sehr günstiger CPU-Kühler, aber ein sehr guter für etwas mehr als 20 Euro. Das alles zusammen, da liegt man jetzt bei dem aktuellen Preis der Sparkle ARC A750 Titan OC bei ungefähr 740 Euro. Aber man kann ja auch eine andere ARC A750 nehmen, wenn man den PC so bauen möchte, die dann eher so im Bereich von etwas über 200 Euro liegt. Und dann kommt man unter die 700 Euro Marke und das ist tatsächlich wirklich ein sehr guter Preis für so ein Einsteiger-Gaming-PC. Und die ARC A750 ist ja durchaus in der Lage, alle aktuellen Spiele problemlos, vor allem in Full HD, darzustellen. Jetzt ist aber genug erstmal gesagt zu den Komponenten vorweg. Wir wollen jetzt mit dem Zusammenbau dieses Gaming-PCs starten. Wir fangen natürlich mit dem Mainboard an, dem ASRock B660M Pro RS und bauen als erstes die CPU ein. Ich werde das heute so ein bisschen im Schnelldurchlauf hier durchgehen, da ich auch zeitlich etwas gestresst bin mit meiner Prüfungsvorbereitung, nehme mir das nicht übel. Also der Zusammenbau hier heute so ein bisschen in Kurzfassung. Nach dem Einbau der CPU baue ich immer als nächstes den Arbeitsspeicher ein. Da natürlich wieder darauf achten, dass man die richtigen RAM-Slots belegt. Das ist in der Regel auf dem Mainboard aufgedruckt oder steht ansonsten im Manual. Dann haben wir natürlich eine M.2 SSD, die direkt aufs Mainboard aufgesteckt werden kann. Dafür nutzen wir hier oben den obersten Slot, der auch mit einem Kühlkörper versehen ist. Den müssen wir natürlich erstmal abschrauben. Dann können wir die M.2 SSD einstecken und dann kommt der Kühlkörper wieder rauf. Nicht vergessen, die Schutzfolie über dem Wärmeleitpad abzunehmen. Kühlkörper wieder rauf. Und dann haben wir die SSD auch schon eingebaut und haben die ersten drei Schritte schon erledigt. Das geht immer ziemlich schnell. Da wir einen Luftkühler verwenden, bauen wir jetzt als nächstes den CPU-Kühler ein. Das ging mit dem Arctic Freezer i35 so, ja, okay. Ich würde sagen, von der Einbauerfahrung, von der Einfachheit her, würde ich sagen, so eine Note 3. Da habe ich schon Kühler gehabt, die simpler zu verbauen sind. Es geht aber auch schlimmer. Da habe ich auch schon Schlimmeres erlebt. Aber man braucht auf jeden Fall die Anleitung. Das ist nicht so simpel, dass man das ohne Anleitung hinbekommt. Aber ansonsten war der Einbau unproblematisch. Wärmeleitpaste muss man selbst auftragen. Die ist nicht voraufgetragen im CPU-Kühler. Das vielleicht auch noch so als Info. Dann haben wir das Mainboard auch schon fertig bestückt und können uns jetzt als nächstes das Gehäuse etwas genauer anschauen und uns um die Vorbereitung des Gehäuses kümmern. Das Gehäuse so an sich macht einen okayen Eindruck. Für den Preis ist es absolut in Ordnung. Für etwas über 30 Euro. Natürlich kann man hier jetzt nicht die mega dicke Materialstärke erwarten. Und insgesamt wirkt es natürlich schon auch recht günstig, wenn man es anfasst. Wir haben aber immerhin ein richtiges Glasfenster. Das ist nicht aus kein Acrylglas, sondern ein echtes Glasfenster. Das trägt auf jeden Fall zur Wertigkeit des Gehäuses etwas bei. Oben haben wir auch einen Staubfilter. Vorne eine Mesh-Front, aber keinen Staubfilter mit dabei. Kann dafür sorgen, dass man vielleicht ein bisschen häufiger mal den PC sauber machen muss. Auf der Oberseite haben wir die ganzen Anschlüsse in einem Ausschalter, einen Reset-Knopf, zwei USB 2 und einen USB 3 Anschluss. Alles USB-A, ein Kopfhörerausgang und ein Mikrofoneingang. Wir bauen jetzt als erstes das Netzteil ein, das BeQuiet System Power 9 CM mit 500 Watt. Das ist ein teilmodulares Netzteil. Das heißt, die Kabel, die man auf jeden Fall benötigt, Mainboard und CPU, sind fest verbunden. Wir müssen aber die Kabel für die Grafikkarte, die PC-Express-Stromversorgungskabel noch extra anschließen. Mehr Kabel brauchen wir nicht. Das ist ganz nett. Dafür haben wir sehr wenig Kabel und ein schön aufgeräumtes Gehäuse. Dann bauen wir das Netzteil so ein, dass der Lüfter nach unten zeigt, damit das Netzteil immer frische Luft von unter dem Gehäuse anziehen kann und nicht die erwärmte Luft aus dem Gehäuse nutzen muss. Und schrauben das Netzteil dann an der Rückseite mit den vier mitgelieferten Schrauben fest. Da keine Lüfter vorinstalliert sind beim Gehäuse, müssen wir jetzt noch unsere drei Arctic P12 Lüfter einbauen. Ich habe mich dazu entschieden, einen auf der Rückseite einzubauen als Exhaust und zwei als Intakes vorne. Denkbar wäre auch ein Intake und zwei Exhaust, einer oben, einer hinten. Ich bin aber immer ein Freund davon, mehr Intakes als Exhaust-Lüfter zu haben. Damit man quasi kontrolliert die Luft ins Gehäuse reinführt über die zwei Lüfter und dann eher einen Überdruck im Gehäuse hat, sodass auch durch die Schlitze oder durch sämtliche Öffnung des Gehäuses Luft von alleine entweicht. Und nach oben entweicht sowieso immer Luft von alleine, da die erwärmte Luft aus dem Gehäuse sowieso tendenziell eher aufsteigt. Deswegen meine Entscheidung, hier zwei Intakes und einen Exhaust-Lüfter oder das so zu konfigurieren. Ist der Netzteil und Lüfter eingebaut, dann können wir jetzt das Mainboard, das vollbestückte Mainboard einsetzen ins Gehäuse. Nicht vergessen, das IOShield vorher noch hinten einzuklemmen. Das ist nämlich beim Mainboard nicht fest integriert. Dann setzen wir das Mainboard ein, schrauben es an den dafür vorgesehenen Punkten fest und dann fehlt uns danach auch nur noch die Grafikkarte. Vorher machen wir einmal schnell das Kabelmanagement. Da wäre es hier tatsächlich gut gewesen, wenn ich das Netzteil oder wenn ich die Kabel vorbereitet hätte, bevor ich das Netzteil eingebaut habe, weil die Lücken über dem Netzteil, um die Kabel durchzuschieben, sind leider so klein, dass die Stecker der Kabel dort nicht durchpassen. Deswegen liegen die jetzt vorne über dem Netzteil. Das ist ein bisschen ärgerlich, hatte dann aber nicht den Willen, das Netzteil dann nochmal wieder rauszunehmen und das alles richtig zu verlegen. Es sieht aber so auch okay aus aus meiner Sicht und dann können wir uns jetzt um die letzte Komponente und die wichtigste nämlich um die Grafikkarte kümmern. Das ist wie gesagt die Sparkle A750 Titan OC. Die hatte ich ja schon bei mir im Test. Eine sehr solide Grafikkarte. Ich würde auch sagen, Intel Arc kann man durchaus empfehlen, auch an Gelegenheitsspieler oder Spieler, die sich jetzt nicht so intensiv mit der Materie auseinandersetzen wollen. Denn Abstürze hatte ich mit der Grafikkarte keine bisher und ich konnte auch alle Spiele problemlos spielen. Lediglich die Performance ist manchmal ein bisschen, schwankt manchmal relativ stark, je nach Spiel. Die Grafikkarte ist ja ziemlich lang mit den drei Lüftern, passt die aber gerade noch so rein. Wir haben auch noch ein bisschen Platz vor den Lüftern vorne im Gehäuse. Aber ja, insgesamt macht die Grafikkarte, wenn sie eingebaut ist, dann ja durchaus einen guten Eindruck dort im Gehäuse und dann sind wir im Prinzip auch fertig. Können wir uns schon mal das Gesamtergebnis hier etwas anschauen. Ich finde, mit dem Kabelmanagement hätte jetzt noch etwas besser sein können, aber insgesamt sieht das Gehäuse sehr aufgeräumt aus. Man hat tatsächlich genug Platz da drin, auch wenn es ein Micro-ATX-Gehäuse ist und das Zusammenbauen des Systems mit dem Case hat mir jetzt keine Probleme bereitet. Ich wüsste nicht, warum man jetzt mehr Geld für ein Gehäuse ausgeben sollte, wenn man auf jeden Euro achten muss. Da würde ich tatsächlich empfehlen, kauft euch so ein günstiges Gehäuse. Das kann man durchaus nehmen, man muss nur darauf achten, dass man sich halt Lüfter dazu kauft. Über die Zeit muss man halt ein bisschen darauf achten, wie sehr es zustaubt, weil wir vorne keinen Staubfilter haben. Aber der Airflow ist solide durch die Mesh-Front, da wird man keine Probleme haben und da werden wir auch gleich bei den Temperaturen und so weiter noch einmal kurz drüber sprechen. Also insgesamt macht es für mich einen positiven Eindruck. Ich bin zufrieden mit dem Zusammenbauergebnis und wir gucken uns jetzt einmal an, wie der Gaming-PC in den Benchmarks performt. Da ich selbst zeitlich etwas unter Druck stehe, habe ich euch jetzt nicht die Benchmarks nochmal visuell mitgebracht. Ich kann euch aber sagen, in meiner Spieleauswahl, die ich immer teste, hat dieser PC genauso performt wie meine Testbench mit der ARC A750. Das ist auch keine Überraschung, das habe ich auch erwartet, denn in Full HD oder selbst in Full HD, der niedrigsten Auflösung, in der ich teste, ist eine ARC A750 halt so leistungsschwach, in Anführungszeichen, dass die CPU-Performance eigentlich fast keine Rolle spielt. Und da ist es dann tatsächlich egal, ob wir die 512400F als CPU nutzen mit DDR4-Speicher oder ob wir ein i7-13700KF nutzen mit DDR5-Speicher, denn beide CPUs sind halt schnell genug, um einer ARC A750 nicht im Weg zu stehen sozusagen. Und dementsprechend war es je nach Spiel immer etwas unterschiedlich. Manchmal war es ein FPS mehr bei dem hier von mir zusammengebauten PC, manchmal ein FPS mehr bei der Testbench. Insgesamt gemittelt war das dann praktisch das gleiche Ergebnis. Also der i5-12400F als CPU für einen Gaming-PC durchaus geeignet. Und die ARC A750 wurde auch in dem System hier jetzt nicht zu laut. Wir haben da ein ähnliches Ergebnis wie auf der Testbench. Die Grafikkarte wurde 8,2 Dezibel über dem Ambient-Neuss-P gelaut, beziehungsweise das ganze System. Das ist hörbar, aber jetzt noch nicht störend laut. Und die Sparkle Titan OC wurde da bei 65 Grad heiß. Also da wäre sogar auch noch Luft nach oben für eine manuelle Lüfterkurve, um das System etwas leiser zu betreiben. Wenn wir dann auf CPU-Anwendungen schauen, wie sieht es da mit der Kühlleistung, der Lautstärke aus? Da ist es so, im Cinebench Benchmark wurde der i5-12400F maximal 58 Grad heiß. Also das ist noch sehr, sehr kühl für eine CPU. Da kann man kaum von heiß sprechen. Und der Arctic Freezer i35, beziehungsweise das ganze System, kam dann auf gerade mal 2,5 Dezibel über dem Ambient-Neuss-Pegel. Das war quasi unhörbar. Also der Arctic Freezer i35 locker gut genug für diese CPU. Ich empfehle die ja auch für leistungsstärkere CPUs teilweise. Also da haben wir überhaupt kein Problem. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem zusammengebauten System, muss ich sagen. Die Kühlperformance stimmt sowohl bei CPU-Anwendungen als auch beim Gaming. Die Gaming-Performance ist gut. Die CPU ist leistungsstark genug für die ARC A750. Es sieht meiner Meinung nach auch cool aus mit der blauen Sparkel-Grafikkarte. Ist auch nochmal so ein bisschen so ein Design-Element, was ganz schick ist aus meiner Sicht. Und das Case macht auch einen soliden Eindruck. Also ich habe da tatsächlich eigentlich keine wirklichen Kritikpunkte für einen Einsteiger-Gaming-PC. Für, wenn man es jetzt zu dem Zeitpunkt gekauft hätte wie ich, unter 700 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern. Kauft man noch eine Windows-Lizenz dazu, ist man dann bei ungefähr 700 Euro. Und da hat man wirklich einen soliden Gaming-PC, mit dem man alle aktuellen Spiele auf jeden Fall in Full-AD ohne Probleme zocken kann. Vieles auch in hohen Grafikeinstellungen oder manchmal in höchsten, kommt halt immer so ein bisschen auf das Spiel an. Hast du noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu diesem Zusammenbau-Video? Dann schreib es gerne in die Kommentare und du findest wie gesagt nochmal die Guide-Zeits-Wunschliste mit allen verbauten Komponenten in der Videobeschreibung. Und ansonsten findest du hier auch nochmal ein Video, was der YouTube-Algorithmus dir vorschlägt. Und schau sonst gerne auch mal bei Instagram oder X bzw. Twitter bei mir vorbei. Das war es jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.